Ein neues Event, neue Player-Picks. Wir gucken, was holen wir insgesamt aus 300 What-If-Player-Picks raus. Let's go! Das Video wird von OneFootball unterstützt. Link in der Videobeschreibung, check es ab. Let's go! Und dies war das der Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ein wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, ihr habt den Tag gut überstanden. Heute kümmern wir uns mal wieder um die Player-Picks. Wir hatten ja schon mal ein Video mit 450 Stück. Die große Frage ist natürlich, was holen wir heute aus 300 Stück raus? Die Community ist wieder eskaliert. Wir werden uns heute natürlich wieder damit beschäftigen, dass ich euch aus den 300 Player-Picks nur die Walkouts zeige. Da könnt ihr entscheiden, macht ihr selber welche? Habt ihr selber welche gemacht? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Würde mich persönlich riesig freuen. Und natürlich auch Support. Und nicht zu vergessen, jetzt schon mal sorry, ich werde wahrscheinlich wieder die drei gleichen Sätze durchgängig in diesem Video sagen. Das ist so ein ganz großes Problem bei mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, in den Streams ist das immer ein Problem, dass ich irgendwie immer das Gleiche sage. Falls ihr Tipps und Lösungen habt, wie wir vielleicht das Ganze umgehen könnten, falls eure Eltern irgendwie da beruflich irgendwas zu tun haben oder, oder, oder. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, denn ich würde sehr gerne auch mal was anderes sagen. Also Abfahrt, Let's Go und GG in den Chat. Wäre super lieb. Kuss geht raus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Best of. Wir starten rein. 300 What If, 81 plus Player Picks. Das ist das Best of. Nur Walkouts, nur What If Spieler, Man of the Matches, Info Walkouts, etc. pp. Let's go. Nur sie in Kolarov zu investieren ist bei 1,6. Oh, stark! Man of the Match, Ellie. Let's go. GG erste Man of the Match Karte, die wir heute sehen. Sehr, sehr geil. GG dazu. Ich weiß gar nicht, was der gute Herr kostet, aber der Ellie sieht halt von dem Kartendesign auch ganz cool aus. Und Ellie lässt sich eigentlich auch ingame immer gut spielen, wenn er irgendwelche Special Karten bekommt. Meiner Meinung nach. Und... Oh, was? Und... Was? Und ein Wort If-Spieler-Lagunen-Aal. Oha! Geh, geh in den Chat, Jungs! Lehmelou und Ellie ist am Start. Let's go, GG! GG, mein Lieber! Über Shareplay. Come on. Oh, da ist neuer. Erster Walkout bei ihm. Stark. Nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Sehr, sehr nice. Erster SPC-Futter. Oh, und eine Man of the Match Fastnacht, der sogar 88 Tempo hat. Nimmst du mit? Die Karte. Nimmst du mit? Hältst du im Verein, kannst du immer mal spielen. Rein da. Oh, die Maria. Ja, let's go. Walkout Nummer 1. GG. Na, drei Picks. Oh, da ist er, der erste Jungs. Jo, Witz ist am Start. Let's go. Geh, geh in den Chat. Da ist dieser Jo, Witz Jungs. Da ist dieser Jo, Witz direkt. Was für ein Account, Jungs. Wahnsinn. Oh, na was? Let's go. Nehmen wir mit. GG. Zweiter Walkout. Rein da, Refi. Rein da. Back-to-Back-Walkout mit dem guten Davide Reha. Wir müssen gute Laune haben. Ihr müsst positiv denken. Oh, da ist der nächste Jungs. Marcelo. Da ist der nächste Chat. Pam, 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 pam. Die Kanalmunkte, die gehen nach oben, Chat. Oh, da kommt noch Man of the Match, Osic und Kilini. Was ist das für ein kranker EA-Account? Das ist so Wahnsinn, Schatz. Das ist so Wahnsinn. Kann man machen. Müller. Müller, da ist er. Da ist er, da ist er, der nächste Walkout. Ah, die Seite ist jetzt nicht so optimal, ne? Muss man wirklich sagen. Oh, Man of the Match, Kabak. Let's go. Oh, Modric. Da ist der nächste Walkout. GG. Oh, frech. Das war frech. Ein Pick, wo alle Spieler 83. Ah, wie krank. Okay, okay. Und definitiv nochmal Bruno Fernandes und am Start. Der Walkout darf natürlich auch nicht fehlen. Ich liebe euch dafür. Oh, Henderson, nächster Walkout. Lieber auch an dich, Theo. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Wirklich vielen, vielen Dank. Kuss, kuss, kuss. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Flo, dankeschön für den Niederwunsch. Die gebe ich dir aber leider Gottes zurück. Bei Stern des Südens haben wir jetzt schon zweimal gehört. Da müssen wir mal, das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir den nicht durchgängig hören. Ja, ich gebe dir mal die Songwünsche zurück. Oder die Punkte zurück. Son. Ja. Ja. Weitermachen, mein Lieber. Weitermachen. Oh, und Courtois. Überragende 5-Player-Picks, Jungs. Überragende 5-Player-Picks. GG. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh, direkt Courtois. Direkt Courtois am ersten Chat. Direkt. Reiner. Oh, Poggi. Erster Walkout des Abends. Für ihn. Watschi. Oh, hast du sogar 20? Oh, Verratti. GG. GG. Verratti. Erster Walkout bei ihm. Come on. David Reha. Erster Walkout. Er hat nur 81+. Okay. Wie gesagt, wenn ihr das habt, habt Geduld, Jungs. Habt Geduld. Habt Geduld. Ja, aber leid. Ich muss irgendwie 20 Uhr dort sein. Oh, die Baller. Nächster Walkout. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, pass auf. Wir gehen rein. Oh, die Maria. Stark. GG. Für zwei Player Picks. Das ist sehr, sehr gut. Erster Walkout direkt gesehen. Oh, Robertson. Erster Walkout, Jungs. Robertson. Erster Walkout, Jungs. Und los lässt sie. Und los. Wusiger, Bursche, Jigito, Leon, Mert, Dome. Kuss geht raus. Dankeschön für die Follows. Danke, danke, danke. Oh, der Bräune. GG. Sehr, sehr wichtig für Maxi. 91er. Über 100 K. Ist der junger Herr Wert. krank. Und im Back-to-Back. Schade, hätte ich gegönnt. Hätte ich gegönnt. Aber. The Bräune ist stark. Wenn hier kein Sensho oder kein Tee kommt. Assa. Perfekt. Thales. Jetzt kommt noch einer. Ich habe so ein Gefühl. Oh, Hakimi. Schade. Und wir haben Fea. Als Wort-Üff-Spieler. Silva. Erster Walkout bei ihm. Let's go. Ah, Save-G. Save-G. Gerade die Subs halt sowieso. Gerade die Subs sowieso. Er macht eins. Was? Er macht eins. Und bekommt zwei zur Auswahl. Hä? Okay. Und ob ich ihn dann auch listen soll? Hallo. Abfahrt, Liviosa. Heißt, war die 133. Alles klar, perfekt. War die 133. Und der Stegen stark. Da haben wir wieder den ersten richtig guten Walkout. Ich weiß gar nicht. Der Stegen kostet fast 100k als 90er. Und dazu kommen mehr. Oder? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wie teuer die Preise sind. Absolut insane. Weil ich Dortmund fan bin. Deswegen. Und da haben wir das irgendwann mal so gemacht. Im Suf. Oh, let's go. Der nächste. Gut, alter Whatif-Spieler. Lehmel Ues am Start. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Was meinst du jetzt von mir? Dankeschön, Marcel. Kusskuss. Ja, let's go. Und ich hab ihn. Ich hab ihn gecallt, den Walkout. Ich bin's. Svexi. Rein da. Let's go. Dostar Rewards? Ja, also Rewards. Wir werden halt streamen. Wenn du da was machen möchtest. Mal gucken. Na, da muss man gucken. Ich bin halt nicht so der absolute Rewards-Streamer. Wisst ihr, was ich meine? Oh, stark. GG. Neuer ist da. Neuer ist am Start. Let's go. Erster Walkout. Auch wenn die Qualität leider quasi nicht so überragend ist. Aber der Man of the Match. Die Ruhe im Back-to-Back geht auf jeden Fall klar. Let's go. Sehr, sehr nice. Oh, und Back-to-Back-to-Back, Griezmann. Was? Einfach drei Walkouts hintereinander. Und dann ist es so schade, dass die Qualität nicht so überragend ist. Schade. Ah, oder doch nicht. Doch nicht optimal, Jungs. Oh, stark. Da kommt der Juri. Jungs, da kommt der Juri. Der nächste What-If-Spieler. Let's go. Sehr nice. GG. Den nimmt man gerne mit, den Juri. Den nimmt man gerne mit. Aber hier talkt die... Ei, ei, ei. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut, die Player-Picks. Oh, aber er macht den Big Win mit Smalling Jet. Er macht den Big Win mit Smalling. Let's go. Ui, Baby. Das ist halt richtig krass, ne? Zweiter Walkout mit Younes. Wir sind bei zwei. Wir sind bei zwei. Zwei Walkouts nur. Holy moly. Oh, Nummer drei mit Ter Stegen. Nummer drei mit Ter Stegen. Wie viel sind noch übrig? Fünf Stück. Wir haben... Das wird ein ganz... Das wird ein Sprint. Das wird ein Endspurt des Zorns. Vierter Walkout, Chat. Vierter Walkout. Er braucht noch zwei. Er braucht noch zwei, Chat. Aber Jungs. Ich sag's mal so. Es war wieder mal ein absolut sensationeller Stream. Wir haben hier ordentlich abgerissen. Für mich ist aber jetzt leider Gottes Zeit den guten alten Hashtag hea bvb-support, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht früher oder später wieder mit dabei seid. Zum nächsten Stream und zwar morgen. Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Vielen, vielen Dank für die Follows, für die Subs, die reingekommen sind. Und, und, und. Danke, danke, danke. Hashtag Minis bei Älters rein. Liebe geht raus. Macht's gut. Haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss, kuss. Dankeschön. Kuss, kuss, kuss. Kuss, 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 kuss Bis zum nächsten Mal.